Was ist die Spurger Garfa für uns als Start-up? Uns gibt es erst seit knapp zwei Jahren. Besonders wichtig als Multiplikator, gerade im Handel. Wir fokussieren uns sehr stark auf den Fachhandel, auf den Gartenfachhandel und möchten hier immer neue Kundengruppen erschließen. Daher ist die Spurger Garfa in dem Bereich sehr wichtig für uns. Unser eigener Stand ist natürlich unser Lieblingsstand, aber ich als passionierter Griller bin auch immer sehr gerne bei Weber am Stand oder sagen wir Weber Halle. Die haben natürlich ein Riesenareal für sich und da halte ich mich sehr gerne auf.